Nicht, ähm, wie sonst immer, ähm, Byleth. Ich hab tatsächlich, bis wir in-game waren, gar nicht gemerkt, dass es ein anderer Charakter ist, weil Corrin einfach auch wieder, das ist so ein Charakter, den siehst du eigentlich nie. Therion gegen Fuego Elo hier in Pools. Ich kann ja einmal schauen, wie das aussieht. Also in dem Pool ist der Pool von SDN auch gleichzeitig. Und SDN hat auch gegen beide schon 2-0 gewonnen. Er ist hier Fuego Elo gegen Skorpion gewonnen und Therion schon gegen Kenzie. Es sind auf jeden Fall, also dieser Pool ist schon ziemlich voll mit guten Spielern, muss man sagen. Also, ähm, da muss man auch ganz ehrlich sagen, die ist schon ziemlich stacked heute. Also viele Rostocker einfach da, was mich auch sehr freut. Ähm, viele aus Flensburg, wir haben Hamburger hier. Ich hab gehört, sind auch welche aus Stuttgart da? Oder ist das ein Gerücht? Hab ich bisher noch nicht gehört, aber kann sein. Also, wir hatten hier schon Leute aus Österreich und so, das ist crazy manchmal. Auch cool, wenn jemand, oh, und der, yo, Double Kill, cool, sehr cool. Okay, jetzt passe ich mal ein bisschen mehr auf. Dann können wir später gucken, ob da Leute aus Stuttgart da sind. Jetzt gerade hier wieder guter Damage von Therion, der F-Smash. Fast schon, wow! Flawless. Das ist auch super aggressiv. Sehr gut, der Stock. Okay. Er hat hier gerade den Boomerang in die andere Richtung geworfen. Das kann smart sein auf jeden Fall, weil er dann halt immerhin auch wieder zurückkommt. Okay. Ja, ganz guter Damage hier gerade von Fuego. Aber hier kann er gepunischt werden. Interessant mit dem Jab. Und hier gerade wieder die Aerial String. Aber Fuego Elo kommt da raus. Schafft es zu punishen. Hat jetzt natürlich einiges aufzuholen. Oh, schön abgewartet gerade. Okay, mal schauen, wie Elu, Fuego Elo hier gerade wieder aus der Situation rauskommt. Er wurde jetzt hin und wieder mal gepunischt dafür, dass er Oh, da muss er aufpassen, auf jeden Fall, wie er gegen die Side-B spielt. Dadurch, dass Corrin einfach ein Charakter ist, den man auch nicht so oft sieht, kann es natürlich sein, dass man nicht weiß, wie man gegen ihn spielt. Den halt, das ist ein Charakter, den man dann doch eher in Smash 4 gesehen hat, in den Vorgänger. Ah, da, die Abwehr. Okay, und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob er hier irgendwie eine Two-Link-Kombo, äh, Young-Link-Kombo besser gesagt, äh, irgendwie starten kann. Ja, das ist schwierig für mich, ich weiß auch nicht. Ja, ooooh. Okay, also erstes Game geht an Therian mit Corrin. Interessant, ja, also Corrin auch wieder ein Charakter, wie eigentlich jeder von Fire Emblem, der eine Menge Range hat. Es ist gefühlt so, jeder, jeder Charakter von Fire Emblem, ähm, der irgendwie dazukommt, hat immer noch ein bisschen mehr Range. Corrin hat jetzt zum Beispiel diesen F-Smash, ähm, einfach so eine Lanze, einfach super, super weit nach vorne. Hier haben wir auch einmal gesehen. Das ist ein guter Move. Okay, und wir sehen jetzt hier gerade Fox. Das, ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. Auf jeden Fall, es könnte definitiv die richtige Entscheidung sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil so Fastfaller und der F-Smash von Corrin zum Beispiel, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall. Aber es sollte in der Lage sein, Therian zu punishen für, äh, Angriffe, die er macht. Also Fox, äh, vor allem auch wesentlich schneller als Young Link, wenn ich mich recht höre. Ja, also so ein beides schnelles Charaktere, aber Fox doch nochmal ein bisschen schneller, ähm, ist auch nicht so campy wie Young Link. Young Link will natürlich, ähm, irgendwie mit Projektilen was landen und dann, ähm, daran anknüpfen und Fox ist so jemand, der so out of range wartet, bis du irgendwie einen dummen Move machst und dann reinrennt und Rushdown einfach nur Damage macht und, ähm, theoretisch auch sehr früh killen kann. Also, ja, damit. Downer oder Neon to Upsmash. Wenn man da mit den Kill Confirms gut ist, dann kann man schon sehr früh... Oh mein Gott! Oh mein Gott, das hat fast gekillt. Genau, ähm, wo... worauf, ähm, Fuego Elo jetzt gerade aufpassen muss, ist... Weil gerade bei Early-Prozenten ist es so, du hittest den Gegner und dann hat er die Chance zu retaliaten. Ähm, und... Corinne ist einfach auch ein Charakter, der das gut kann. Also gerade mit der Nähe, die in beide Richtungen geht, ziemlich gute Frame, der da hat, kann man das ziemlich gut machen und ich denke, äh, da muss... muss er auf jeden Fall gut drauf aufpassen, dass er da nicht drauf reinfällt. Also sein Shield-Game da zum Beispiel, sein Shield-Game muss on point sein, damit er nicht in diesen Retaliation-Hits getroffen wird. Schafft's hier gut zu überleben gerade. Ja. Okay, oh ne, okay, das waren schon 100 Prozent, also hätte er schon machen können, hat jetzt aber den Stock verloren. Aber auf jeden Fall gut so lange überlebt zu haben. Ja. Also gerade so ein Fox kann halt so früh sterben, weil er super leicht ist und seine Recovery ist halt auch exploitable. Oh oh, ah, das ist ein bisschen risky gerade gewesen, okay. Kommt hier wieder on stage, der Down-Air. Oh, der muss gerade sehr aufpassen, also es ist schon ziemlich even gerade. Okay, schafft's hier den Kill zu kriegen? Ich brauche noch einen Schluck Tee. Besser ist das. Und ich hole mir gleich einen 9. Gut, also, kann Therion hier nochmal zurückkommen? 82 Prozent hier gerade drauf. Jetzt hier aber gutes String. Ah, okay, er wollte irgendwie die verlängern. Er hätte jetzt einfach nochmal Abwehr machen können, aber wollte noch mehr Damage haben. Kann man machen. Okay, Edge-Situationen. Und ich glaube, das sind so die Situationen, die am gefährlichsten werden können für Fox. Aber er macht das auf jeden Fall ziemlich gut. Also gerade dieser Rushdown, von dem ich erzählt habe, sein Combo-Game, funktioniert dann doch ganz gut gerade gegen Therion. Wartet auf seinen Moment, wann er hier den Upsmash machen kann. Der S-Mash, sehr gut. Nice. Okay, Two-Stock. Gutes Comeback hier von Fuege Elo und das funktioniert auf jeden Fall sehr viel besser als Young Link. Absolut. Und da wird er dann wahrscheinlich auch drauf bleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier gerade einfach wieder wegswitcht. Wüsste ich auch nicht, warum er das machen soll. Das hat ja doch sehr gut funktioniert. Ja, und jetzt gehen wir in Game Nummer 3. Das wäre auf jeden Fall ein sehr guter Win hier gerade für Ole, sage ich jetzt einfach mal. Fuege Elo, Ole. Das ist leichter, schneller. Ich glaube, Ole hat noch nicht gegen ihn gewonnen, gegen Therion. Also so wäre das quasi eine Premiere. Genau, aber jetzt sehen wir noch ein bisschen mehr Range. Ja, Byleth. Genau, das ist der neueste Fire Emblem-Charakter, wenn ich mir nicht irre, wenn er nicht schon wieder ein neuer drin ist. Mit noch mehr Range. Mit noch mehr Range, genau. Genau, jetzt sehen wir Byleth. Die Charaktere kann man durchaus verwechseln, aber ja, einfach noch ein bisschen mehr Range auf vielen Angriffen. Auch noch ein bisschen mehr Wumms auf manchen Angriffen einfach. Einige Moves, die einfach so unfassbar stark sind. Aber musst du jetzt erstmal kassieren. Also, ich glaube, der Charakter könnte noch ein bisschen mehr Kombo-Opfer sein für Fox, aber er könnte ihn auch deutlich früher killen. Oh, ja, da muss er aufpassen. Genau, Reflektor. Das war der Counter, ne? Ja, genau. Ja, also so ein Reflektor. Down B, genau. Down B, ja. Auf jeden Fall ein Tool. Es ist immer schön, wenn man sowas hat, ne? Also, bei den DLC-Charakteren ist es auch so, dass viele Charaktere dann noch irgendwie in irgendeiner Weise einen Reflektor bekommen. Zum Beispiel Kasuya mit seinem Axe-Kick kann dann irgendwie auch Sachen zurückwerfen. Viel, 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 viel stärker auch. Ja. Also, das ist dann doch eher ein normaler Reflektor, macht es ein bisschen stärker. Ne, damit nervt ich, wenn wir denn mal in meinem Freundeskreis schnell spielen, auch meine Freunde immer ganz gerne mit so einem blöden Reflektor. Aber, ja. Das ist natürlich weit von dem entfernt, was wir hier sehen. Ja, aber kann auch in High-Level-Play auf jeden Fall sehr gut sein. Wir sehen jetzt hier gerade das Comeback von Aetherion. Aber er hat noch einiges zu leisten jetzt gerade. Also, das sieht teilweise okay, oh, schöner Damage. Das sieht teilweise nicht so gut aus wie bei Corrin. Ich habe das Gefühl, dass der, ich habe gerade den Namen von dem Charakter vergessen, aber das... Fox? Ne, Byleth. Byleth, genau. Ein bisschen mehr Knockback auf den Attacken hat. Ja, also, wenn er sweet spottet, dann ja, auf jeden Fall. Dann hast du noch die Abwehr, Upsmash und diese ganzen Attacken mit dem Hammer. Und ja, auch auf den Schwertattacken eigentlich so ein bisschen stärker einfach. Corrin ist da ein bisschen ausgeglichener. Auf jeden Fall auch ein merkwürdiger Charakter. Also, man hatte am Anfang das Gefühl, der ist jetzt nicht so gut, zu langsam und so. Aber dann hat der beste Spieler zu der Zeit angefangen, den zu spielen und Leute auch noch gereckt. Oh, ja, der Upsmash kann sehr früh killen. Und dann war sich keiner so ganz sicher, wo der Charakter jetzt wirklich auf der Tierliste ist. Es könnte noch mal eng werden, wenn... Ja. Oh, oh. Also, das will jetzt gerade überhaupt nicht offstage sein. Oh, das ist böser Damage. Nee, nicht getroffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und wenn Fox ins Wanken gerät, ne, ist der Charakter nicht zu gebrauchen, glaub mir. Oh mein Gott. Er braucht hier halt diesen Abschluss, ne. Und wie gesagt, wenn Fox nicht an sich glaubt, in der Situation, dann ist es so schwer zu killen. Und das ist jetzt Max Rage. Max, oh mein Gott. Das war's eigentlich. Oh nein. Okay. Jetzt wird's spannend. Und kein F-Smash. Offstage-Situation hier gerade. Tyrion. Holt sich Tyrion das. Oh, er versucht es mit dem Spike und... Das müsste es... Und wieder Offstage. Oh mein Gott, das ist ein Krimi. Das ist ein Krimi. Oh, die Back-Hair. Oh mein Gott. Ue, ue, ue. Er hätte auch echt genau so gut andersrum laufen können. Ja, auf jeden Fall. Meine Fresse. Oh mein Gott, das hat er gerade noch so...